Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. In der gestrigen Sitzung des Landtags haben die Kollegen Schmalenbach, Sommer, Wegner und ich eine Rüge für die Benutzung unserer Laptops und Tablets im Plenum erhalten. Ich möchte kurz die Gelegenheit ergreifen, den versammelten Abgeordneten hiermit mitzuteilen, was die Präsidentin gerade schon getan hat, dass wir nach § 38 der Geschäftsordnung Einspruch gegen diese, wie wir glauben, Ordnungsrufe nach § 36 eingelegt haben. Die Benutzung unserer Laptops und Tablets auch während der Plenarsitzung ist für unsere parlamentarische Arbeit erforderlich und unverzichtbar. Und letztlich wird sie auch durch das Recht des freien Mandats nach Artikel 30 Absatz 2 der Landesverfassung geschützt. Durch die Benutzung unserer Laptops und Tablets in der gestrigen Sitzung sind weder die parlamentarische Ordnung noch die Würde des Parlaments verletzt worden. Dies wäre jedoch eine Voraussetzung für einen Ordnungsruf nach § 36 der Geschäftsordnung. Die Geräte funktionieren so leise, dass durch deren Betrieb und Benutzung keine Störungen verursacht werden. So hat sich auch bis vor ein paar Sitzungen und auch akut niemand über eine Störung beschwert, im Gegensatz zum Lautstärkepegel, der sonst in vielen Debatten hier herrscht. Und wie Laptops die Würde des Parlaments verletzen können, erschließt sich mir da nicht. Hilfsweise zweifeln meine Fraktion und ich zudem die Gültigkeit der immer wieder ins Feld geführten Vereinbarungen aus der 15. Wahlperiode zur Nutzung von mobilen Computern im Plenum hiermit an. Die Beschlüsse des Ältestenrats unterliegen, wie auch sonstige Vereinbarungen der Geschäftsordnung, dem Grundsatz der Diskontinuität. In der 16. Wahlperiode sind dazu keine auffrischenden Beschlüsse des Ältestenrats gefasst worden, wohl auch, weil derzeit an einer neuen Vereinbarung gearbeitet wird. Es gibt also nach unserer Sicht keine Einschränkung für die Nutzung mobiler Computer. Und in Absprache und mit voller Unterstützung meiner Fraktion werde ich auch weiterhin meinen Laptop oder jedes andere mir genehme und andere Abgeordnete nicht störende Arbeitsgerät im Plenum benutzen. Ich möchte daran erinnern, was eigentlich Ziel dieses Landtags ist, nämlich Wort und Widerwort auf gut informierter Grundlage. Und dazu gehört heutzutage auch der Zugriff auf alle Informationen des weltweiten Netzes, auch während der Plenarsitzungen. Dies garantiert eine hohe Qualität der getroffenen Aussagen und der Beiträge und stärkt das freie Mandat jedes einzelnen Abgeordneten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen arbeitsreichen und spannenden Plenartag. Vielen Dank.